Wir wollen gleich gemeinsam eine schöne Übung machen, in der Du Deinen ganz persönlichen Schutzengel treffen und kennenlernen wirst. Bevor wir jedoch mit unserer Reise beginnen, möchte ich Dir noch einiges über Engel erzählen. Engel sind Lichtwesen. Sie sind Gottes Helfer und Gottes Boten. Engel tun nur das Gute. Sie fördern das Rechte und sie meiden das Unrechte. Engel erfüllen Gottes Willen und niemals handeln sie dagegen. Wenn Ihr Dienst zum höchsten Gut des Menschen ist, dann helfen sie uns auch. Sie wirken allzeit nur auf das Positive und Helle hin. Dein Engel kommt nicht immer, wenn Du ihn rufst, aber er ist immer für Dich da, wenn Du ihn brauchst. Er lindert Deine Schmerzen, heilt Deine Wunden, er berührt Dein Herz und öffnet Deine Seele für die Allgegenwart der unendlichen Schöpferkraft. Jeder Mensch, auch Du, hat einen Schutzengel und vielleicht sogar auch mehrere. Jetzt wollen wir uns gemeinsam aufmachen, um ihm zu begegnen. Lass Dich nun ganz sanft von meiner Stimme führen. Lass mich Dich begleiten zu dem Ort, an dem Dein Engel schon ganz ungeduldig auf Dich wartet. Nun leg Dich gemütlich auf Dein Bett oder auf eine Matte, schließ die Augen und konzentriere Dich für einen Moment auf Deinen Atem. Achte nun auf den Atem, wie er kommt und wie er geht. Atme tief durch die Nase ein und lass die Luft ganz langsam wieder durch den Mund ausströmen. Ganz ruhig, ohne Eile. Atme Entspannung ein und Verspannung wieder aus. Entspannung ein und Verspannung wieder aus. Noch einmal tief einatmen. Entspannung ein und Verspannung wieder aus. So ist es gut. Mit jedem Atemzug entspannst Du nun mehr und mehr. Nun wollen wir gemeinsam auch den Körper entspannen, um noch mehr zur Ruhe zu kommen. Erlaube mir nun, Dich Schritt für Schritt ganz langsam über Deinen Körper zu führen, um auch ihn zu entspannen. Wir fangen mit dem rechten Bein an. Denk jetzt an Dein rechtes Bein. Heb Dein rechtes Bein einige Zentimeter. Nun streck Deinen rechten Fuß zwei-, dreimal. Und schon beim Ausatmen merkst Du, dass die Spannung den Fuß verlässt. Nun lass das Bein wieder langsam und behutsam auf das Bett zurücksinken und jetzt plötzlich nimmst Du den rechten Fuß erst richtig wahr. Ganz langsam geh nun in Gedanken das rechte Bein hoch. Es ist total entspannt und schwer. Es ist total entspannt und schwer. Die Wade, die Kniescheibe, der Oberschenkel, alle Muskeln im rechten Bein sind total entspannt und schwer. Im Moment brauchst Du keinen dieser Muskel. Lass einfach alles hängen. Jeder Muskel des rechten Beines fühlt sich jetzt schlaff und richtig schwer und entspannt an. Und Du merkst richtig, dass Dein rechtes Bein schwerer und schwerer wird. Dein rechter Fuß und Dein rechtes Bein fühlen sich angenehm warm an. Jetzt gehen Gedanken herüber zu Deinem linken Bein. Zunächst einmal hebe das linke Bein einige Zentimeter und streck dabei den Fuß zwei-, dreimal aus. Und krümm auch die Zehen ein bisschen. Und schon beim Ausatmen bemerkst Du, dass die Spannung den Fuß verlässt. Nun lass das Bein ganz behutsam wieder auf das Bett zurücksinken. Alle Muskeln in Deinem Fuß sind unschlaff und richtig schön entspannt. In Gedanken geh jetzt langsam an Deinem linken Bein hoch. Die Wadenmuskeln hängen ganz schlaff und müde herunter. Die Spannung verlässt das Knie und auch im Oberschenkel bemerkst Du jetzt, wie alle Muskeln schwer werden und sich vollkommen entspannt haben. Beide Beine sind nun total entspannt und warm und schwer. Für diese Übung brauchst Du Deine Beine nicht. Also lass sie einfach schlaff und entspannt auf Deinem Bett oder auf Deiner Matte liegen. Im Falle eines Notfalls allerdings kannst Du Deine Füße und Deine Beine benutzen. Im Moment allerdings brauchst Du sie nicht. Jetzt wende bitte Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Po. Spann alle Muskeln im Po ein bisschen an und dann lass sie wieder los. Und je mehr Du an Deinen Po denkst, desto entspannter wird er. Was ist mit der rechten Taille? Du merkst förmlich, wie die Muskeln auch dort entspannen und schwer werden. Auch die linke Seite in der Taillengegend wird schwer und ruhig. Das Becken Der Bauch Alles entspannt sich. Alle Muskeln haben jetzt Deine Erlaubnis, sich hängen zu lassen und sich total zu entspannen. Langsam gehst Du nun in Gedanken den Rücken herauf. Alle Muskeln um die Wirbelsäule herum erschlaffen und entspannen sich. Sie fühlen sich schwer an. Und auch die Wirbelsäule selbst entlässt die Spannung, die eben noch da war. Erlaube nun auch all den Muskeln im Rücken und auch im Schulterbereich zu ruhen. Du liegst schwer auf Deinem Bett oder auf Deiner Matte und fühlst Dich wohl. Alles fühlt sich ganz wunderbar entspannt und schwer an. Nun wende Deine Aufmerksamkeit auf die Nackenregion. Alle Muskeln, die in den Kopf hineingehen, werden schwer und sie kribbeln ein bisschen. Sie sind so froh, sich endlich ein bisschen ausruhen zu dürfen. Denn sie tragen Deinen schweren Kopf Tag aus, Tag ein. Langsam gehe nun in Gedanken vom Nacken zu Deinem Hals herüber. Und auch er wird müde und entspann sich vollkommen. Was ist mit Deinem Brustkorb? Ist der schon entspannt? Erlaube auch den Muskeln im Brustkorb zu entspannen und sich auszudehnen. In Gedanken streiche nun über Deinen rechten Arm. Mach doch einmal eine Faust mit der rechten Hand. Drück ganz fest zu. So ist es gut. Nun lass wieder los. Öffne Deine Hand und schon fühlst Du, wie Deine Hand ein wenig kribbelt und sich warm anfühlt. Deine rechte Hand, jeder Finger ist jetzt entspannt und liegt ganz schwer und ruhig neben Dir. Und auch das Handgelenk wird müde. Der Unterarm wird schwer. Alle Muskeln im Unterarm sind schlaff und hängen förmlich herunter. Der Ellenbogen, der Oberarm, alle Muskeln im rechten Arm sind schwer und schlaff. Nun gehen Gedanken herüber zu Deinem linken Arm. Mach eine Faust mit der linken Hand. Drück ganz fest zusammen. So ist es gut. Nun lass wieder los. Öffne Deine Hand und wieder fühlst Du, wie Deine Hand ein wenig kribbelt und sich warm anfühlt. Sogar die Finger Deiner linken Hand fühlen sich nun entspannt an. Jeder noch so kleine Muskel in Deiner linken Hand ist nun total entspannt und ruhig. Langsam geh nun in Gedanken Deinem linken Arm hoch. Der ganze Arm fühlt sich schwer an. Unglaublich entspannt und schwer. Er liegt völlig ruhig neben Dir. und alle Gedanken, die Du jetzt vielleicht noch hast, die nicht mit dieser Übung zu tun haben, verschwinden aus Deinem Kopf. Du hast später noch Zeit daran zu denken. Bitte denk jetzt an Deinen Kopf. Der Kopf, der wichtigste Teil unseres Körpers, hat Millionen kleiner Muskeln, die jetzt alle nicht gebraucht werden. Die Kopfhaut, die Haaransätze, alle Muskeln des Kopfes sind nun schwer und entspannt. Jetzt geh in Gedanken zu Deiner Stirn. Alle Muskeln auf Deiner Stirn sind nun schlaff, ganz schlaff und müde, und Du fühlst, wie die Stirn anfängt zu kribbeln, die Muskeln um die Augen herum, die Wangenmuskeln, alles wird träge, alles entspannt sich. Die Muskeln um den Mund herum, der Oberkiefer und auch der Unterkiefer, alle Gesichtsmuskeln fühlen sich schlaff und entspannt an. Dein Mund öffnet sich vielleicht ein bisschen und falls Deine Lippen trocken sein sollten, kannst Du sie jetzt befeuchten. Deine Augenäpfer liegen tief und schwer in den Augenhöhlen und alle Falten in Deinem Gesicht fühlen sich an wie weggebügelt. Alle Muskeln sind nun träge und ruhen friedlich. So ist es gut. Dein gesamter Körper ist nun vollkommen entspannt und ruhig. Du fühlst Dich geborgen und richtig wohl. Und ganz ohne Dein Zutun, ganz von allein, verlassen nun auch alle störenden Gedanken Deinen Kopf. Du löst Dich von allen Tagesgedanken und von möglichen Erwartungshaltungen. Sie zerplatzen wie Seifenblasen vor Deinen Augen. Deine Gedankentätigkeit kommt nun vollständig zur Ruhe. Die Gedanken fließen jetzt aus Deinem Kopf heraus, auf die Matte oder auf das Bett auf dem Du gerade liegst. Sie fließen durch den Fußboden bis ganz tief ins Innere der Erde. Dein Kopf ist nun ganz frei und Dein Bewusstsein ist kristallklar. Ein wohltuendes Gefühl der Gelassenheit und des inneren Friedens erfüllen Dein ganzes Sein. Und alle Müdigkeit, die Du eben vielleicht noch gespürt hast, ist wie weggeblasen. In Deinem Inneren entsteht Ruhe. Ruhe und Zufriedenheit. Jetzt erst fühlst Du die Matte, auf der Du liegst. Ganz deutlich spürst Du das Eigengewicht Deines Körpers und Du lässt Dich passiv von der Erde tragen. Es ist so schön, sich einfach einmal so gehen zu lassen und dem Körper Ruhe zu schenken. Es ist schön, einfach nur so da zu liegen. Atme jetzt noch einmal schön tief durch. Gibt es jetzt noch irgendwo an Deinem Körper eine Stelle, die sich verkrampft oder verspannt anfühlt? Gehe in Gedanken noch einmal an Deinem Körper hoch und runter und falls Du doch eine Stelle an Deinem Körper finden solltest, dann streiche jetzt in Gedanken ganz leicht mit Deiner Hand darüber und erlaube den Muskeln, sich dort auch vollkommen gehen zu lassen, sich zu entspannen und abzuschalten. Für diese Übung brauchst Du keine Muskeln. Im Notfall allerdings kannst Du Dich hundertprozentig auf Deine Muskeln verlassen und sie voll einsetzen. Dein gesamter Körper fühlt sich jetzt sehr schwer und angenehm warm an. Dein Puls und Dein Herz schlagen deutlich etwas langsamer und Du fühlst Dich ruhig und geborgen. Nun hast Du Dein Zentrum erreicht. Du bist an Deinem Ruhepol angekommen. Stell Dir nun vor, dass Du vor einem ganz wunderschönen, gewaltigen Tor stehst. Deinem Deinem LePtre is deinem Schau dir dieses Tor in aller Ruhe an. Was für ein Tor ist es? Wie alt ist es? Was denkst du? Wie groß ist es? Aus welchem Material ist es? Ist es aus Eisen oder aus Holz oder vielleicht aus Blumen? Hat dein Tor vielleicht irgendwelche Verzierungen? Schau gut hin und achte auch auf die Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Maserung des Holzes. Siehst du einen Türknauf oder einen Ring? Schau dir dein Tor in aller Ruhe ganz genau an. Vielleicht möchtest du ja mit deinen Händen einmal über das Tor streichen. Wie fühlt es sich an? Tritt zurück und wende deine Blicke auch nach oben. Was siehst du? Wie hoch ist es? Nun bist du doch sehr neugierig. Du willst eintreten. Was wohl hinter dieser Tür verborgen liegt? Du weißt instinktiv, dass dieses Tor ein ganz besonderes ist. Und du spürst auch, dass dieses Tor zu deinem Schutz hier ist. Hinter diesem Tor befindet sich ein ganz besonderer Platz. Auch das weißt du schon. Und du bist die einzige Person, die Erlaubnis hat, hier einzutreten. Außer natürlich, du lädst jemanden ein, mit dem du diesen Ort teilen möchtest. Ganz behutsam und neugierig machst du nun das Tor auf und trittst ein, indem du es ganz vorsichtig und leise wieder hinter dir schließt. Und da bemerkst du auch schon, dass alle Alltagssorgen, alle Nöte und alles, was dich vielleicht noch bis vor kurzem belastet hat, auf der anderen Seite des Tores zurückgeblieben ist. Vor deinem inneren Auge siehst du nun einen wunderschönen Wald. Und du befindest dich mittendrin auf einem kleinen Wanderweg. Schau dich um. Nimm dir Zeit. Die Sonne scheint Und es ist angenehm warm. Wohin du auch schaust, siehst du kräftige Bäume, deren Wipfel ganz hoch in den Himmel wachsen. Wie gesund und sicher sie dastehen. Wie stark ihre Äste sind, deren Blätter in der Sonne blinzeln. Die Baumkronen bilden ein Baldachin über deinem Kopf. Du spürst eine leichte Brise in deinem Gesicht Und fast fühlt es sich so an, als ob dich jemand liebevoll streichelt. Durch die Äste blinzelt die Sonne und du siehst den herrlich blauen Himmel durchschimmern. Versenk dich nun für einen Moment in die dich umgebende Schönheit und schau dich um und lass alles auf dich wirken. Du riechst die Bäume, den Waldboden und auch den Sommer und wieder schaust du dich um und immer wieder bleibst du stehen. Dies ist wirklich ein ganz wunderschöner Wald. Die Vögel zwitschern, die Mücken tanzen ganz fröhlich in der Luft vor dir her Und in der Ferne hörst du ein Baumspecht nach Nahrung suchen. Du ziehst den satten Duft des Waldes in die Nase ein Und du spürst den weichen Waldboden unter deinen Füßen. Dein Körper fühlt sich durch die Schönheit dieses Ortes gestärkt Und du bist voller Freude und voller Energie. Und plötzlich weißt du auch, dass du an einem ganz besonderen mystischen Ort angekommen bist. Schau dich um. Schau in alle Richtungen. Nimm alles wahr, was du wahrnehmen kannst. Erregt vielleicht einer dieser Bäume deine besondere Aufmerksamkeit. Geh ruhig auf ihn zu. Fass ihn an. Fühl seine Rinde. Fühl seinen Stamm. Vielleicht möchtest du ihn auch ganz bewusst und liebevoll streicheln. Oh ja. Dieser Baum muss sehr alt sein. Er ist so groß und so stark. Und sein Stamm ist riesig. Du versuchst den Stamm zu umarmen, Aber er ist einfach zu dick. Der Stamm ist riesig. Du dehnst deinen Kopf ganz nach hinten, Um auch an dem Stamm hoch zu sehen. Dieser Baum muss wirklich sehr, sehr alt sein. Er ist so hoch. Viele kräftige Äste wachsen aus seinem Stamm und tragen in den Himmel. Wie alt er wohl sein mag. Was denkst du? Was er wohl schon alles gesehen und erfahren hat? Immer wieder fassst du den Stamm an. Und plötzlich fühlst du, dass dieser Baum eine lebensspendende Energie ausstrahlt. Spürst du seine Schwingungen? Ja. Du fühlst die Kraft des Baumes in deinen Händen. Die Energie strömt durch deine Hände, In die Arme Und so auch in deinen Körper. Dankbar nimmst du diese Naturenergie in dir auf Und du fühlst, Wie sie durch deinen gesamten Körper strömt. Du fühlst die Wärme Und die Kraft, Die so in dich eindringt. Ja. Hier ist es schön. Hier kannst du Lebensenergie auftanken, Wann immer du möchtest. Und du weißt, Dass diese Energie unerschöpflich ist. Und wenn du möchtest, Kannst du jeden Tag zu diesem Baum gehen, Um aufzutanken, Um hier Kraft und Energie zu schöpfen. Und da plötzlich wird deine Aufmerksamkeit Auf etwas gelenkt, Dass du hoch oben im Wipfel des Baumes Zu sehen scheinst. Es sieht fast aus wie ein heller Vogel. Oder ist es ein Eichhörnchen? Oder vielleicht sind es auch Sonnenstrahlen, Die mit den Blättern spielen. Irgendetwas dort oben Scheint zu flattern, Etwas bewegt sich. Was ist das denn nur? Du konzentrierst dich jetzt total Auf das merkwürdige Ding, Das dort oben in den obersten Ästen Zu sehen ist. Du musst höher hinauf, Um besser sehen zu können. Und plötzlich bemerkst du, Dass der Baum dich ganz sachte An seinem Stamm hochzieht. Und jetzt erreichst du die ersten Äste Und du hältst einen Moment lang inne. Für einen Moment schaust du nun Auf deinen Wald, Auf deinen Wald herunter. Alles ist so grün, So satt Und so voller Leben. Aber jetzt möchtest du weiter hinauf, Noch höher hinauf. Du möchtest entdecken, Was sich dort oben im Wipfel verbirgt. Sacht und behutsam Zieht die unsichtbare Kraft Dich am Stamm Immer höher Und höher. Und du versuchst immer noch auszumachen, Was deine Aufmerksamkeit erregt hat, Dort oben im Baum. Du schaust jetzt wieder In die Richtung des hellen Punktes, In die Richtung der Lichtquelle, Dort oben. Du musst immer wieder dahin sehen, Was ist das denn nur? Vielleicht musst du noch ein bisschen Höher klettern, Um besser sehen zu können. Du hast gar keine Angst, So hoch zu klettern. Es ist einfach, Ganz einfach und leicht. Und es macht dir Spaß, Wieder so zu klettern, Wie die Kinder es tun. Jetzt bist du fast angekommen. Und der Punkt, Auf den du dich konzentriert hast, Wird deutlicher Und deutlicher. Und irgendwie spürst du, Dass du von einer positiven Energie Angezogen wirst. Und du verspürst plötzlich Freude im Herzen Und Aufregung, Je näher du kommst. Und diese Freude und Aufregung Wird erwidert, Das fühlst du ganz stark. Kannst du schon eine Form erkennen? Fühlst du vielleicht seine Schwingungen? Erahnst du vielleicht die Präsenz Einer Energiequelle? Jetzt bist du fast oben angekommen Und die Form wird deutlicher und deutlicher. Und da auf einmal Bemerkst du ein Lächeln. Etwas streckt dir fröhlich Die Arme entgegen Und umarmt und begrüßt dich fröhlich. Und jetzt hörst du die Worte? Ich bin dein Engel. Es ist so schön, Dass du endlich da bist. Ich habe schon so lange Auf dich gewartet. Und auf dem Baum sitzend Spürst du, Wie dein Herz berührt ist Von Freude Und von Heiterkeit. Dein ganzer Körper Wird nun umhüllt Von einer zarten, Unendlich hellen Schwingung. Und du sitzt ganz Und vollkommen Im Licht. Alles um dich herum Ist hell Und klar Und dein ganzes Gesamtes Denken und Fühlen Dein ganzes Inneres Wesen Erfährt Helligkeit Und Klarheit Und du begreifst Jetzt Dass Liebe Etwas mit Licht Mit hellem Und klarem Sein Zu tun hat Jetzt Auf einen Ast Und schau Und schau ihn dir Ganz genau an Was siehst du? Hat die Gestalt Oder die Form Neben dir Vielleicht Ähnlichkeit Mit einem Menschen? Ist es ein Mann Oder eine Frau Oder gar ein Kind? Siehst du ein Gesicht? Und wenn ja Hast du dieses Gesicht Vielleicht irgendwo Schon einmal gesehen? Aber vielleicht Hat dein Engel Ja gar keine Menschliche Form Bewegt er sich? Wenn ja Kommen dir diese Bewegungen Irgendwie bekannt vor? Da hörst du ihn Schon wieder sagen Ich bin dein Engel Ich freue mich so sehr Dass du da bist Was für eine Stimme Hat er Ist sie leise Oder laut Oder tief Oder hoch Ist dir diese Stimme Vielleicht irgendwie bekannt? Das helle Licht Das deinen Engel umgibt Hat eine ungeheure Ausstrahlung Du fühlst So viel Liebe Und so viel Freude Von ihm ausgehen Und jetzt Weißt du intuitiv Dass dieser Engel Von nun an Dein Wegbegleiter Und Freund Sein wird Dieser Engel Ist dein Schutzengel Das weißt du Nun auch Dieser Engel Ist von nun an Immer für dich da Und von nun an Beschützt er dich Von oben Aus seinem Baum Und der Name Und der Name Der dir jetzt Als erstes In Sinn kommt Der ist richtig Der Name Den du jetzt hörst Ist der Name Deines Engels Vertrau einfach Auf die Richtigkeit Dieser Erkenntnis Nimm dir noch ein bisschen Zeit Und schau ihn dir ganz genau Von oben bis unten an Nimm dir alle Zeit In der Welt Diese Eindrücke Zu vertiefen Und in deinem Gedächtnis Zu verwurzeln Das jetzt erlebte Willst du auf gar Keinen Fall Vergessen Bevor du dich Nun bei ihm Verabschiedest Bedank dich Ganz herzlich Bei ihm Dass er sich Dir heute Gezeigt hat Bedank dich Auch Dass er dich Ab heute Begleiten Und auch Beschützen wird Ganz behutsam Gleitest du Nun wieder Den Stamm Herunter Unten angekommen Schaust du Noch einmal Zurück Ganz hoch In die Baumkrone Um deinen Schutzengel Fröhlich Und dankbar Zuzuwinken Heute hast du Einen neuen Freund gefunden Es ist Zeit Den Heimweg Wieder anzutreten Das eben Erlebte Und deine innere Freude Nimmst du mit dir Ganz weit In der Ferne Erkennst du Nun auch wieder Dein Tor Und du gehst Darauf zu Angekommen Öffne das Tor Nun behutsam Und trete durch Und ganz leise Machst du die Tür Wieder hinter dir zu Und erst jetzt Wirst du dir Wieder deines Körpers Bewusst Du streckst Du streckst dich Ein bisschen Machst die Augen Wieder auf Und löst dich Aus der Entspannungsphase Du fühlst dich Erfrischt Und fröhlich Und dankbar Dass du heute Deinen Engel Kennenlernen durftest Du bist Und Du bist Du bist Du bist